Was ist denn das? Oh, das ist die Torte! Nein, das ist meine Torte! Ja, die Braut hat einen Entwurf gesehen und war begeistert! Nein, das ist meine Torte, die ich entworfen habe für mein Hochzeit, meine und meins! Oh, na, wie schön, dass sie eine Verwendung gefunden hat! Ich habe zugesehen, wie eine andere Braut meinen Verluten geheiratet hat. Ich werde nicht zu sehen, wie eine andere Braut auch noch meine Torte ist. Aber es verlaubt dir niemand, dass du dabei zusehen sollst. Catherine, ich weiß, du bist wütend, aber wage es nicht, es an der Torte auszulassen. Sie gehört mir. Und wenn ich sie nicht haben kann, dann bekommt sie niemand. Catherine, du fassst die Torte nicht an! Hilfe! Hilf mir doch jemand! Sie müssen diese Frau aufhalten! Sie hängt mir! Zu meiner rechtmäßig angetaubten Frau und einzig wahren Liebe. Ich verspreche dich zu achten, zu ehren, zu beschützen und dir jeden Tag mehr zu lieben. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Catherine, nein!